Und heute sprechen wir über eine Strategie, die jeder von uns kann. Jeder von uns kann sie. Es ist eine Strategie, die sich auf sehr detaillierte Weise mit Lob und Anerkennung befasst und die Ihrer Firma große Vorteile bringen kann. Wir nennen sie bewusste Anerkennung und sie kostet sie keinen Cent. Bewusste Anerkennung bedeutet bewusst die Dinge herauszustellen, die Lob und Anerkennung verdienen. Also ganz bewusst die Dinge herauszustellen, die wirklich Lob und Anerkennung verdienen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Nennen wir ihn Thomas. Thomas, ich nehme an, seine Arbeit war besonders gut. Meistens sagen dann die Vorgesetzten, wenn sie denn etwas sagen, meistens, gute Arbeit, Thomas. Richtig, das war's. Gute Arbeit, Thomas. Sie treffen sich auf dem Flur, gute Arbeit, Thomas. Richtig? Nun, was passiert nach einer Weile mit gute Arbeit, Thomas? Es klingt abgedroschen. Wenn ich Thomas' Leistung wirklich loben will, dann reicht gute Arbeit nicht. Es klingt abgedroschen. Was ich wirklich machen muss, sind meine Hausaufgaben. Meine Hausaufgaben als Führungskraft. Ich muss mir verschiedene Fragen stellen. Erstens, was hat Thomas getan, das meine Anerkennung verdient? Das ist die erste Frage. Zweitens muss ich mich fragen, wie genau hat es Thomas gemacht? Drittens muss ich mich fragen, für wen? Für wen hat er es getan? Für welchen Kunden? Für welche Abteilung? Für welches Projekt? Für welches Team hat er was getan? Viertens muss ich mich fragen, warum? Warum hat er es getan? Welches Problem wollte er lösen? Was war seine Motivation? Und schließlich, wie hat unsere Firma davon profitiert? Fünf Fragen. Wenn Sie sich diese fünf Fragen stellen, werden Sie, und das garantiere ich Ihnen, nicht länger als fünf Minuten brauchen, um sie zu beantworten. Wir reden hier nicht über Nachforschungen. Wir brauchen keine Detektive anzuheuern. Wir brauchen keine Firmenressourcen zu verschwenden. Es geht nur darum, dass wir unsere Hausaufgaben machen, damit wir Thomas auf die richtige Art loben und er sich dadurch angespannt fühlt.